Hilfe, ich verrecke! Nein! Wo ist mein Schwert? Ich hab kein Schwert! Nein, ich kann gleich... Nein, was ist los? Nein, 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 nein! Wieso hab ich kein Schwert mehr? Wieso hab ich kein Schwert mehr? Das ist nicht lustig! Nein! Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Okay, ja, willkommen zurück! Ja, fängt schon an, voll schnell und so. Oh, hi, oh, wieder! Oh, hi, oh, gott, der muss... Keine Ahnung. Okay, hier ist mein Controller, ich fress grad Süßigkeiten. Lecker! Ich hab... Ich hab 4 Kilo Süßigkeiten hier. Cool, gell? Ich hab 4 Kilo Süßigkeiten hier. Und Gummibärchen. Ja, eben, ich hab 4 Kilo Gummibärchen hier. Ah, nee. Ein bisschen übertrieben, nicht? Ja. So, es schneit wieder, das heißt, es regnet also. Das heißt, wir gehen jetzt im Hexenhaus. Ja, richtig. Ich muss nur dieses Golderz hier noch verarbeiten. So, nee, das ist kein Hexenhaus, das ist nur so irgendein Haus. Brauch ich das hier noch? Und das? Mh... Ja, das war's eigentlich schon. So. Ich nehm schon auf, ne? Ja, ich nehm auf. Nee, die nehm ich mit. Mit, ne? Ja, die nehm ich mit, ne? So. Dann nehm ich die Hacke hier noch mit. Und das nehm ich noch mit. Und dann gehen wir jetzt los. Hui. Hey. Ja, ja. Okay. Hey. Jo, wieviel haben wir heute eigentlich? Den 21.02.2015. Na toll. Das hat's bei mir wieder gehangen. Mein Scheiß, jetzt bist du wieder weg. Toll. Einfach geradeaus, wie gesagt. Ja, einfach geradeaus. Und dann irgendwann links. Gerade graus. Ich warte doch gerade auf dich. Und ich muss noch mehr Süßigkeiten naschen. Ach, stimmt gar nicht. Ich hab gar nicht vier Kilo. Ich hab viereinhalb Kilo. Der war ja so nett und hab mir noch ein halbes Kilo dazu geschenkt. Wo holst du denn das Zeug? Hallo, was machst du denn? Hey, du bist schon längst vorbeigerannt. Hallo. Du achte dich gar nicht auf mein Namensschildchen hier. Hallo, ich bin hinter dir. Was ist denn los hier? Ja, wo denn? Hallo? Hä? Ich stehe direkt hier. Du stehst direkt hier. Das sehe ich jetzt auch so total. Das sehe ich jetzt nicht überall Bäume. Nein, ich stehe direkt vor deiner Nase. Ich hab dich gerade gehauen. Nö. Was? Nö. Natürlich. Ich bin nicht unsichtbar. Nee, ich bin nicht unsichtbar. Nee, bin ich nicht. Hallo? Warum siehst du mich nicht? Au, doch jetzt. Jetzt? Ich stehe aber hier. Ja, ich sehe dich doch jetzt. Aha. Renn halt dich. Hä? Ich stehe doch hier. Ich renne nicht. Hä? Was geht bei dir? Ich glaube, ich... Vielleicht solltest du mal neu beitreten oder so. Ich glaube, du hast ein paar Fehler. Kann das sein? Kann auch einfach mein Internet sein. Okay. Hm. Nicht gut. Bei mir läufst du allerdings flüssig. Hm. Komisch. Na ja gut, was soll's. Da oben ist es, ja. Genau. Da waren wir im letzten Part. Das haben wir im letzten Part entdeckt. Ich mit voller Begeisterung und jo. So. Wir müssen da irgendwie hoch... Ja, ich benutze das Schwert, obwohl ich ne Schaufel hab. So schlau. Ja. Oh, was los? So. Hier sind wir auch schon. Ähm. Ja, das ist wieder das falsche Holz. Was ist denn jetzt los? Wer hat mich jetzt geschlagen? Hä? Was war jetzt das? Keiner weiß Bescheid. Jo. Die Truhe nehm ich hier mal. Und dann müssten wir hier entweder mal... ...die Hütte ausbauen, weil die ist ja schon sehr klein, oder... Irgendwas müssen wir hier mal machen. Wir machen hier erst mal dicht. Jo. Was denn? Ich bin grad im Wolli, gell? Wo ich gehen? Egal. Huch. So. Und dann brauchen wir noch... ...Platten. Wir machen die ich mal einen Plattenvertrag nehme. Was ist mit der Brücke? Ich bin doch geil, wenn die Brücke nach hinten in die Höhle führen würde... ...und da hinten in der Höhle da nochmal so ein Häuschen wäre. Kann man machen, ist halt Arbeit. Aber kann man machen. Da war grad nur so ein Gedanke. Ja, ist ein cooler Gedanke. Kann man schon machen. Ist halt nur ne Menge Arbeit. Wie gesagt. ...dass du dich grad töten. Ja, ich... Ne, Spaß. Wurzeteufel ist dieses Skelett. Ich seh es nicht. Ich seh gar nichts. So. Dann machen wir das einfach mal, was du gesagt hast. So. Ich find es total unlustig, ja. Ich seh... Ach, da ist doch ja. Wurde erschossen. Mhm. Okay. Ach, nö. Hast du wieder gut gemacht. Ach, nö. Du, ich baue hier... ...was vergoogelt. Vergoogelt. Aha. Oh, ich hab kein Holz mehr. Super. Kannst du Holz mitbringen? Ganz viel Holz. So viel Holz, wie es nur geht. Ich muss erstmal diese komische Hüte finden, ja. Bei der wir vorher waren. Äh? Oh, deine Sachen. Die sammle ich mal ein. Oh, toll, dem Dorf. Das dauert ja ewig, bis du wieder hier bist. Ach, du hattest Eisenerz. Super. Dieses Super war ironisch gemeint. So. Dann schäffle ich hier mal wieder Kohle, weil es wichtig ist. Ich glaub, ich muss wirklich mal kurz raus. Und du musst dich da nochmal einladen, weil irgendwie... Okay, warum? Was ist los? Erst bewegen sich die Einwohner mal gar nicht und dann auf einmal rasend sind da durch die... durchs Dorf. Okay. Ja, dann lade ich dich am besten echt nochmal neu ein. Ich glaub, du hast da echt ein paar Fehlerchen. Okay, dann geh ich mal kurz raus. Japp. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt ist sie weg. Und jetzt lade ich sie auch nicht nochmal ein. Spaß. Natürlich. Pass auf. Ich hol aber jetzt noch schnell erstmal hier die Kohle. So. Ja, Leute, ne? Wir haben echt noch viel vor uns hier. Wir müssen hier echt noch ne Menge machen. Und macht's natürlich immer auf Endermaner Jagd gehen, ne? Zwei so Perlen haben wir ja schon. Zwei Enderman Perlen. Ender Perlen. Boah, sorry. Sorry. So. Dann lade ich die mal nochmal neu ein. Und ich will hier jetzt hin. So. So. Gut. Sehr schön. So. Oh. Oh. Oh, ich bin ja bis 17. Das ist doch herrlich, gell? Oh, noch Kürbisse sind hier. Hier ist ein Baum. Mhm. Holz haben wir gesagt, brauchen wir normalerweise. Äh, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch, ne? Ja. Das machst du gut. Ja. So, so, so. Und dann können wir hier nämlich weiterbauen. Später. So, dann haben wir hier eben unsere hübsche Hütte. Glas müssen wir erst brennen. Einen Ofen stellen wir hier. Oh, Hallöchen. Willkommen zurück und so. Ne? Willkommen zurück in der Hell. Willkommen zurück in der Hell. Ja, genau. So ist es. So, jetzt haben wir hier auch. Und Sticks haben wir auch. Wir können also Fackeln machen. Plöps. Oh, ich kann jetzt einen leuchtenden Kürbis herstellen. Brauchen wir aber nicht, würde ich mal sagen. Kannst du Sand mitbringen? Sand wäre jetzt nicht schlecht. Also ja, ich laufe ja aus einem riesengroßen Loch mal wieder. Oh, super. Funktioniert ja prickelnd bei dir. Aber, ja. Kommt davon, wenn man einen Bruder hat, der die ganze Zeit DO2 online zockt. Dann die ganze Zeit noch zu greifen tut, nebenher und, und, und. Ja, super. Was habt ihr denn hier für ein Internet? Ein besseres als meins. Ich kann immer nur einmal über... Also, hm. Also, sobald ich ein Video uploade, zum Beispiel, komme ich nicht mehr mit der Playsee on. Das war's dann schon. Volle Kapazität ausgelastet bei Video Upload. Voller Scheiß. Wir haben ja nur einen Router und alles gekriegt. Ja gut, ich hab eh den schlechtesten WLAN der Welt. Ich hab ne Easybox. Sowieso das Schrecklichste, was es gibt. Von dem her. So. Ich scheffle noch mehr Kohle. Brauchen wir eigentlich grad gar nicht. Ich brauche ja eigentlich jetzt grad Stein. Findest du den Weg eigentlich zurück, ja? Hä? Oder muss ich dich abholen? Findest du den Weg zurück oder muss ich dich abholen? Ich guck mal, ob ich ihn finde. Okay. Verlauf dich nicht. Ich schack's dir auch. Da ist das komische Schiff. Ein Schiff. Das ist ja schon mal der voll falsche Weg. Hä? Ist echt so. Wenn da das Creeper-Schiff ist, dann bist du falsch. Ja. Ja, ich mach da okay, Mann. Ah. Pff. Hallo, Papa. Also. Hier halt, du Schwein. Stimmt, es regnet und es ist nachts. Ich hasse es, wenn es nachts... Oh. Dankeschön. Das Spiel hat mich erhört. Aha. Ich wollte grad sagen, ich hasse es, wenn es regnet und nachts ist, weil dann gibt es keine Endermänner. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Bin ich ja ehrlich. So. Ja, Spinne, ne? So. Die ist weg. Jetzt gehen wir auf Endermännerjagd. Das ist mal was völlig anderes, ne? Bei Slender wirst du vom Slender gejagt und hier jagen wir den Slender. Das war ganz andersrum. Wir jagen Slender, nicht den Slender. Ja, das sind dieselben, also... Heißt hier nur anders. Ja, und verhält sich ein bisschen anders. Nein, eigentlich nicht wirklich. Slender teleportiert sich auch und so. Also so viel anders ist es sogar nicht mal. Ach, Skelettscheiß. Geh mir halt auf den Ersten jetzt. So. Aufsache hinter mir explodieren wir das Creeper. Ja, natürlich. Das ist ne hochexplosive Party hier. Da fliegen die Fetzen. Oh, Mann. Da war ich echt lach. Ja. Geh die beide hoch. Überall Rosen. Die nehme ich mal alle mit, weil die schön sind. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was? Zwei Skelettis. Ich glaube, es hackt. Schon wieder beim Schiff. Ich will doch hätte eine totale andere Richtung gelaufen. Dann gibt es noch ein Schiff. Nein, Spaß. Das gibt es eigentlich nicht. Hilfe, ich verrecke. Nein. Wo ist mein Schwert? Ich habe kein Schwert. Nein, ich kann gleich. Nein, was ist los? Nein, 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 nein. Wieso habe ich kein Schwert mehr? Wieso habe ich kein Schwert mehr? Das ist nicht lustig. Nein. Oh mein Gott. Hilfe. 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 Scheiße. Oh Gott. Habe ich viele Pfeile in mir. Oh Gott. Scheiße. Ich habe kein Schwert mehr. Ich wundere mich gerade, dass ich so gut überlebe derzeit. Ich bin ja noch gar nicht gestorben oder so gut wie gar nicht. Also das ist ja ein Weltwunder. Das müsst ihr in den Kalender schreiben. Ne und Witz. So gut bin ich doch sonst nicht. Sonst fliege ich doch immer in die Luft. Ich glaube wir haben die Rollen getauscht. Du fliegst ja derzeit die ganze Zeit in die Luft und ich nicht. Oh yeah. Huch. Warum sammle ich jetzt schon wieder Kohle? Ich brauche keine Kohle mehr. Kohle, 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 Kohle. Oh nein, das ist Skelette und ich habe nur noch zwei Leben. Ach wie herrlich. Was stellst du denn an? Du musst besser ausweichen und so weiter. Hm. Und ich muss dringend, dringend, dringend nach Hause. Ich habe keine Nahrung mehr bei mir. Ich habe auch kein Schwert mehr bei mir. Ich habe nichts. Ich muss wirklich jetzt wieder... Heimwärts. Sonst kriege ich Probleme hier. Sonst sterbe ich nämlich doch noch. Ich glaube, ich hole dich mal ab. Du findest, glaube ich, nichts zurück, ne? Wenn ich das jetzt richtig mitkriege. Ich muss gerade ein Bett, wo ich mich einfach nur reinlegen kann. Das bringt es ja auch nicht. Also, ja gut. Ich bleibe jetzt hier in der Hütte sitzen, weil da bin ich wieder. Ah, da ist es ja schon wieder. Krass, war ja gar nicht so weit weg. Oh Mann, ich brauche auch Nahrung. Und Schwerter. Ganz viele Schwerter. Und vielleicht mehr Rüstung. Oh, ich habe doch eine Axt, Mensch. Ich brauche nicht mit der bloßen Faust auf den Baumstamm einzuprügeln. Ich will den Pilz essen, verdammt. Ich brauche auch zu essen. Geht nicht. Du musst Pilze umwandeln in Pilzsuppe. Dazu brauchst du auch eine Schüssel. Dazu brauchst du Holz. Pilzsuppe, können wir echt mal machen. Ist lustig. Okay, diese Nacht. Oh ja, ich komme dann vorbei und es geht. Also, diese Nacht wird es nichts mit Endermännern. Ganz sicher nicht. Ich habe jetzt auch kein Schwert und so. Wir brauchen jetzt wirklich nicht auf die Jagd gehen. Das ist völliger Selbstmord. Hey, da bin ich schon normal. Was ist denn da los? Ne? Yo, jumping all over the world. So, okay. Wo bist du? Bei euch, da in der Hütte. Im Dorf oder wo? Ja. Ah, ein Schwertchen. So. Holz, 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 Holz. Ah, okay. Aha. Ich habe Silber hergestellt. Oh, ich bin da wie 20. Geil. Ich könnte, glaube ich, noch ein Schwert craften. Mal sehen. Sogar ein Eisenschwert könnte ich mir machen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gucke mal nach Rüstung. Das habe ich schon. Ich glaube, ich brauche das hier. Ja. Alles klar. So, dann habe ich jetzt auch eine Eisenrüstung. Was habe ich hier? Eisenhelm verzaubert. Ach so, das ist alles verzaubert. Egal, passt. Ich habe jetzt mehr Verteidigung. Das ist okay. So. Alles klar. So weit. Schwerter haben wir jetzt. Ach, ich hatte noch eins, oder wie? Egal. So, das brauchen wir nicht. Das Holz brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ah, Wolle. Stimmt, Wolle brauchen wir nicht. Kürbisse können wir gerade nicht anpflanzen. Wie verwandle ich die in Kürbiskerne? Gar nicht. Warte mal. Da. Kürbissamen. Dann können wir die anpflanzen. So. Machen wir das mal. Irgendwo. Also, du liegst jetzt im Bettchen, oder wie? Nee, ich stehe da rum. Ach so. Okay. Ja, ich hole dich gleich ab, also. So. Ich baue hier nur kurz ein kleines Kürbisfeld. Damit ich den Kürbis hier einpflanzen kann. So. Ich will morgen auch noch mit nach Stuttgart. Was? Ich will mich morgen auch noch mit nach Stuttgart. Nach Stuttgart, okay. Schatou de Garde. Ja, Mann. So, und dann hier nochmal. Äh. Scheiße. Bup, bup, bup. Irgendwas hat da gerade geduldet. Du, 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 du. Verdammt. Fandest du jetzt mein Akku, oder dein Akku? Also, bei mir war gar nichts. Ja, okay, dann ist es mein Headset-Akku. Oh je. Äh, äh. Das ist nicht so gut. Also, ich komm dich abholen, gell? Ja, aber ich bin gleich wahrscheinlich weg, weil ich, äh, Dings weg. Macht nichts. Wir wissen ja Bescheid. Ja, äh, du schreibst mir dann einfach, wenn der Part zu Ende ist, ne? Mach ich. Was, schreiben? Wieso, wir hören uns doch jetzt hier trotzdem noch, oder nicht? Nein, wenn dein Akku da leer ist, hier am Headset, du Fisch. Ja, wieso kannst du mich dann trotzdem nicht hören? Fernseher oder irgendwas? Ach, weißt du, ich höre nicht über den Fernseher? Ja, eigentlich schon, ne? Ach so, ja, stimmt. War ja, da warst du auch so. Okay. Sollte so sein. Okay, dann höre ich dich. Gut. Super. Dann kann ich dir ja weiter Anweisungen geben. Ohaha. Das tut mich auch, ey. Ah, da badet ein Skelett. Super. Dann gehe ich den anderen Weg. Das kann mich mal, weißt du? So, und keine Ahnung. Viele Sachen halt. Au. Och ja, Sand wollte ich auch haben. Au. Was? Wie? Oh, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Du bist in meine Schaufel reingerannt. Ich hab dich mit einer Schaufel gekillt. Shovel Knight lässt grüßen.